Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Dauntless Guide, meine lieben Freunde. Im heutigen Guide möchte ich euch nicht nur direkt einen wichtigen Bild vorstellen, sondern eine Möglichkeit, wie ihr ganz schnell an viele Ätherfunken, Kampfverdienst oder auch an Erkundungsverdienstmarken und Kopfgeldmarken kommt für die Bounties. Und da gibt es eine ziemlich effektive Methode. Die Methode, die die meisten nutzen werden, ist wahrscheinlich die, dass ihr hingeht und die ganze Zeit Bounties macht, also Kopfgelder. Da kriegt ihr ja quasi dann diese Jagdpass-Erfahrung und wenn ihr den irgendwann fertig habt, dann geht es ja in die Belohnungszone, dann kriegt ihr hier diese Währung und mit der könnt ihr euch ja Rüstung, Waffen und alles, was weiß ich, an kosmetischen Kram kaufen und hier im limitierten Bereich dann auch entsprechende Dinge, die wir jetzt gerade besprochen haben. Unter anderem sind hier aber auch Patrouillenschlüssel und die spielen eine ganz wichtige Rolle. Und zwar könnt ihr euch entweder diese Patrouillenschlüssel hier holen oder vielleicht gibt es den einen oder anderen, der auch wie ich ein bisschen ist und hier das ein oder andere Echtgeld investiert und sich mal hier für, weiß ich nicht, 5, 10, 15 oder 20 Euro so ein paar Schlüssel holt. Und mit denen kann man nämlich ordentlich farmen mit den Patrouillenschlüsseln. Da kriegt ihr nämlich ziemlich viele Eterfunken. Ich kann euch das auch mal eben zeigen. Die brauchen wir ja zum Beispiel zum Aufleveln, also im Prestige-Aufleveln der Waffen. Und da kriegen wir dann auch die Eterherzen raus, die wir zum Überladen von Rüstung und Waffen benötigen. Und ihr seht das auch oben rechts. Ich bin gerade im Besitz von 1500 Eterfunken. Und wie das Ganze funktioniert und was ihr dafür genau braucht, das zeige ich euch jetzt im nächsten Step. Zuallererst einmal ist das Equipment das Allerwichtigste. Ihr braucht auf jeden Fall ein Equipment, was euch möglichst viel Ausdauer und Bewegungsgeschwindigkeit gibt. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr auf jeden Fall Pistolen dafür nehmt. Bei den Zellen habe ich mich jetzt für die Zelle der Ausdauer und Zelle der Anmut entschieden. Ich habe als Waffe jetzt von Torgado die Pistolen genommen. Und was ihr jetzt hier quasi als Kammer und Griff drinne habt, ist in dem Sinne völlig Latte. Das ist gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist der Mod, der drinne ist. Und zwar kriegen wir 20% mehr Bewegungsgeschwindigkeit, wenn wir 6 oder weniger Munition in der Munitionskammer haben. Ganz wichtig, ja. So, dann habe ich mich bei der Omnizelle für die Sturm-Omnizelle entschieden. Einfach so, weil sie gut dazu passt. Also, die ist jetzt nicht unbedingt ultra wichtig, dass ihr die habt. Ihr könnt auch eine andere nehmen, aber die spielt eigentlich gar keine wichtige Rolle. Viel wichtiger ist auf jeden Fall die Laterne. Da braucht ihr Shrikes Eifer, also die Laterne von Shrike. Die hat nämlich den einzigartigen Effekt, dass sie 10 Sekunden lang, wenn ihr sie aktiviert, 15% mehr Bewegungsgeschwindigkeit gibt. Ganz, ganz wichtig. Beim Helm habe ich mich für Borreys Helm entschieden, weil der Konditionierung drinne hat. Und dann habe ich nochmal eine Zelle der Eifer reingesetzt. Bei der Brustplatte habe ich Shrikes Daunenplatte genommen mit einer Zelle der Ausdauer. Bei den Händen haben wir von Karabag die Hände mit Konditionierung und nochmal eine Zelle der Geschwindigkeit. Und dann haben wir nochmal Shrikes Daunenbeinschienen als Füße genommen mit einer Zelle der Geschwindigkeit oder Schnelligkeit. Entschuldigung. Das ist erstmal das Equipment, das ist darauf ausgelegt. Viel Ausdauer, viel Bewegungsgeschwindigkeit. Und warum wir das Ganze brauchen, das zeige ich euch jetzt. Denn wir gehen jetzt mal in die Jagdgründe. Und ganz wichtig, ihr müsst in Berststein reingehen. Das ist ganz wichtig, wenn ihr effektiv die Patrouillenkisten farmen wollt, dann am besten Berststein. Und da zeige ich euch jetzt mal eine Route, mit der ihr ziemlich schnell ziemlich viele Kisten abfarmen könnt. Okay, da sind wir auch schon im Anflug und kommen jetzt gerade an. Und dann würde ich sagen, laufen wir jetzt einfach mal ganz schnell diese Route ab. Ja, wichtig ist also quasi am Anfang direkt einmal ein bisschen schießen, so dass ihr sechs Munitionen oder weniger habt. So, und jetzt seid ihr ein bisschen schneller. Hier hoch, zack. Und da seht ihr auch schon, ist schon die erste Kiste. Das ist der erste wichtige Spot. Die könnt ihr direkt einsammeln. Zack, zack, zack. Da gibt es dann ein paar Funken. So, und dann tun wir hier unseren Gleiter rausholen. Fliegen hier einmal so eine kleine Kurve runter. Hier wäre der nächste Spot. Hier könnte vor diesem Baum eine Kiste liegen, ist aber keine. Der nächste Spot ist dort oben bei dem großen Baum. Das heißt, ihr fliegt hier einmal hin. Zack, der ist jetzt gerade nicht da. Die könnt ihr aber auch aus der Entfernung sehen. Und jetzt könnt ihr eine weitere Strecke hier an diesem riesigen Flugschiff vorbeifliegen. Und zwar bis nach ganz hier hinten durch. Und hier kann nämlich die nächste Kiste sein, an diesem Schiffswrack. Da haben wir leider aber auch gerade kein Glück. Ist leider keine da. Ja, es können, glaube ich, pro Run bis zu vier oder fünf Kisten da sein, wenn man Glück hat. Wir hatten bis jetzt leider nur eine. Hier haben wir die nächste. Die liegt dann hier an der Seite. So, und dann könnt ihr hier zum Beispiel eure Laterne jederzeit eigentlich aktivieren. Das geht jetzt gerade bei mir irgendwie nicht. Aber ist auch nicht so schlimm. Ihr seht ja, wie schnell wir hier laufen, ne? So, jetzt können wir sie aktivieren. Wir sind gerade nicht in Fight gewesen. Also wenn da ein Behemoth ist am See, könnt ihr die direkt aktivieren. So, und das ist eigentlich auch schon die Runde gewesen. Ihr müsst dann immer, wenn da ein Behemoth ist, ein Stück zurückgehen. Damit ihr dann quasi gleich wieder weiter reisen könnt. Und dann geht es wieder neu in die Runde Bärsstein rein. Und dann laufen wir noch einmal die Route, damit ihr sie nochmal seht und verinnerlichen könnt. Es ist auf jeden Fall nicht kompliziert. Das habt ihr jetzt gerade gesehen. Und wenn ihr Glück habt, habt ihr ein paar mehr Kisten. Es kann manchmal Runs geben, wie jetzt gerade, wo nur zwei, drei Kisten da sind. Ja. Ja, das ist halt dann absolutes Pech. Aber es kann auch Runs geben, wo ihr vier oder fünf Kisten habt. Und so 100 Schlüssel habt ihr dann relativ zügig runtergefarmt. Also ich denke mal so mit dem Equipment gut eine halbe Stunde. Da habt ihr auf jeden Fall schon einige Keys weg. Und seid dann auf jeden Fall, da seht ihr auch schon in der Vorschau quasi, an dem Schiffswrack hinten liegt schon mal eine Kiste. Da habt ihr auf jeden Fall relativ zügig schnell einige Ätherfunken. So, dass euch auch keine große Pause entsteht, wenn euch da mal irgendwie Materialien fehlen. Nein. Ich weiß nicht, wie viel Kopfgeldmarken man so auf 100 Kisten ziehen kann. Aber meine Empfehlung an der Stelle ist, wenn ihr euch jetzt überlegt, ob ihr euch für Echtgeld Kopfgeldmarken oder Kisten holt, überlegt euch das immer vorher ganz gut, weil ihr kriegt auch aus den Kisten Kopfgeldmarken raus. Da seht ihr, jetzt haben wir die hier vorm Baum liegen. Das ist gut. Zack. Da haben wir wieder ein paar Kampfverdienste. Erkundungsverdienste sind relativ selten drin. Da ist keine Kiste wieder beim großen Baum. Das heißt, wir fliegen jetzt weiter oder gehen weiter. Das ist auch kein Problem. Ab hier könnt ihr wieder fliegen. Also ihr seid mit dem Equipment auf jeden Fall sehr schnell durch. Also so ein Run, der dauert maximal meistens so anderthalb bis zwei Minuten, wenn überhaupt. Das geht natürlich manchmal auch noch zügiger. Ihr könntet auch hier die Laterne nutzen, wenn ihr jetzt die Kiste hier gesammelt habt. Zack. So, dann haut ihr hier die Laterne rein. Ich habe jetzt sogar den Schuss nicht gemacht. So, jetzt sind wir nochmal einen Ticken schneller unterwegs. Tun wir mal ein bisschen Schwung hier. Also die Kiste hier ist fast immer irgendwie da, habe ich das Gefühl. So, dann sind wir nochmal ein bisschen schnell jetzt. Jetzt hatten wir in dem Run schon eins, zwei, drei, vier Kisten. Ja, also ihr seht, ne, zwischen vier und fünf Kisten können, glaube ich, maximal da sein. Ich glaube, das höchste sind fünf. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber es sind auf jeden Fall um die vier bis fünf Kisten. Also ihr seht, das geht ruckzuck. In zwei Runs haben wir jetzt einfach schon sechs Kisten gefarmt. Und das könnt ihr quasi die ganze Zeit machen. Und dann kriegt ihr haufenweise Stuff. Könnt damit dann natürlich direkt weitermachen. That's it. Mehr müsst ihr nicht machen eigentlich, um an den ganzen Stuff zu kommen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch der Guide weitergeholfen hat. Wenn ihr Bock auf weitere Guides habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vor allen Dingen, wenn euch dieser Guide gefallen hat, lasst ein Like da. Und wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo raushaut und die Glocke aktiviert. Und dann seid mal gespannt. Es wird auf jeden Fall noch einige Guides geben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss zusammen.